Willkommen zurück zu Battlefield 4. Ich habe mich dann doch spontan dazu entschieden, da bei allen Let's Plays bei mir die erste Folge jeweils so 6-7 Minuten lang war, dieses Mal auch die Folge nach 6 Minuten doch zu beenden, weil die Map halt zu Ende war, dass man kurz mal reinschauen kann, ob es einem überhaupt gefällt. Und wenn es euch gefallen hat, seid ihr jetzt dabei und dann machen wir jetzt mal eine längere Folge. Die Maps dauern in der Regel so zwischen 20 und teilweise 30, sogar bis 40 Minuten, je nachdem wie es läuft. Ähm, von daher kann so ein Let's Play dann pro Folge schon mal was länger dauern, wenn man nicht gerade mittendrin einsteigt. Aber ich denke, das dürfte kein Problem sein. So. Gehst du in den Heli? Gehst du in den Heli? Ne, ne, ich meine ja Marcel. Ich versuche direkt hinterher zu joinen. Pionier, ne? Perfekt. Bin dabei. Sauber. Dann können wir... Ich versuche mich jetzt mal hier am Geschütz. Ich habe nämlich einen fantastischen Piloten dabei. Hier mein Kollege. Der Kollege... Der Kollege ist echt sehr, sehr begabt am Heli. Der kann das Ding perfekt hier durch die Häuserflucht fliegen. Und jetzt fliegt er das erste Mal wahrscheinlich direkt gegen den Haus oder so. Ne, aber ich habe die Erfahrung schon gemacht, dass ich das einzige Mal, wo ich positive Stats hatte, 15 zu 10 immerhin, bisher, da war ich bei ihm auch als Co-Pilot. Ich habe einen feindlichen Kastler gesichtet. So, ich muss jetzt erstmal wieder die Tasten richtig. Wo ist das? Ich glaube... Hey ho, ich habe direkt eine TV-lenkte Rakete. Und du hast den Kiel wieder. Ist da ein Heli? Da ist ein Heli. Eintritts-Team Charlie wurde gerade neutralisiert. Hey, kann ich mitfahren? Anscheinend ist wendlich von dir ein feindlicher Helikopter. Ja, er steigt aus, Junge. Ah, ich habe ihn gekillt. Sauber, er ist tot. Da läuft aber noch einer. Scheiße. Lapp mal. Hast du den jetzt echt gerotort? Soll ich dein Vater körperieren? Wir haben Einsatz zum Echo verhören. Ach so, der ist out of range. Lapplich von dir scheint ein feindlicher Panzerjäger zu sein. Wo, wo, wo? Aufpassen, ich habe den feindlichen Panzer gesichtet. Over. Ich habe natürlich noch sehr große Schwierigkeiten, noch diesen Riesen-Maps die Gegner zu erkennen. Du kannst sie zwar irgendwie mit Crew markieren, aber... Da habe ich noch leichte Schwierigkeiten, immer zu sehen, wo die Gegner sind. Ich habe Lichtkontakt zu einem feindlichen Fahrzeug. Such dich deiner aktuellen Stellung. Der Zoom. Na unten, offen halten. Ich habe den feindlichen Panzer gesichtet. Auf zwei? Gar nichts. Na? Das heißt... Oh, oh. Gar nicht kaputt machen. Auch nicht mitgeschützt. Wo? Da hin. Komm. Ja, habe ich gespottet. Wir haben Einsatzziel Bravo erobert. Wo? Der ist aber auch nicht schlecht. Der versteckt sich schön hinterm Haus. Ich habe Lichtkontakt zum feindlichen Ampilschützen. Nordlicht an der aktuellen Stellung. Er ist ganz hinterm Haus. Ja, jetzt ist er aus dem Track raus. Da ist er. Ja, ich habe einen feindlichen Helikopter gesichtet. Oh, der hat uns aber auch erwischt. Geht der runter? Ich glaube, der ist Clubbot, oder? Wir haben gerade Einsatzziel Alpha verloren. Jawoll, ich habe den als Kill gekriegt sogar. Sauber. Schön. Panzer? Ja. Haua. Panzer? Der ist draußen. Da ist er. Unterm Haus. Oh. Erwischt. Ah, ja. TV-Rakete. Achso, beim Heli, ne? Anpassen. Wo war das nochmal? Fahrzeuge. Dum dum dum. Kampfhubschrauber. Yo. Sekundärwaffe. Wärmesuche habe ich da. Wärmerakete hatte ich da. TOW-Rakete. Ach, das ist primär. Huch. Achso. Äh, oh Gott. Wo ist denn das? Schützensekundärwaffe. Da ist gar nichts. Ah, Laser gelenkt, ja. Oder soll ich TV? Achso, ne. Dann mache ich Laser gelenkt, oder? Die zielt dann automatisch? Okay. Okay, also erstmal Sturmsoldat wieder, ne? Äh. BAM, da ist er down. Guck mal, so trifft man eben. Da hinten ist noch einer. Vorsicht, da habe ich einen gesehen. Der ist irgendwo dahinter. Ich glaube, der ist nach rechts. Ah, da links ist auch einer. Oh, da sind ganz viele. Scheiße. Ja. Yo. Sauber. Oh, von hinten. Von wo? Ich verstecke mich hier hinter. Bei dir oben? Oh, von links. Oh, da ist einer. Ah, fuck, ey. Von wo denn überall? Von da auch? Oh, Gott. Kannst du ein Heli nehmen jetzt? Ist der wieder frei? Na, er fliegt rum. Alles klar. Oh, Gott. Wir haben ja gar keine Basis mehr. Ja, die geht aber jetzt gerade verspinnen. Erhören. Einsatzziel Bravo ist schon hoch. Einsatzziel Alpha ist jetzt unter unserer Kontrolle. Östlich von dir ist ein feindlicher Soldat. Boah, den hat er aber sauber getroffen. Ja, bück dich doch, du blöd Mann. 12 HP left. Oh, Mann. Ich hatte positive Stats, wollte ich bemerkt haben. Der hat auch einen Bogen. Wo stehe ich denn? Hier, Hilfe. Ja, ja, ich stehe. Ich hab die Planungsstatus. Da ist ein feindlicher Panzerjäger. Züglich deiner Stellung. Nice, nice. So selten scheint er nicht zu sein. Der Gegner hat da auch einen. Da, im Haus, im Eingang. Ah, nein. Scheiße. 84 HP. Ich hätte eine Granate reinwerfen sollen, ne? Was? Beitritt. Da weg, hä, die kleine Sau. Wo ist der nächste? Der ist noch hinter der Mauer, hinter der Mauer, hinter der Mauer. Ja, hab ihn gekillt. Sauber. Wo ist der nächste? Ich hab wieder einen, der auf mich schießt. Da unten. Tot. Oh, oh. Panzer. 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 Fuck. Panzer fährt wieder nach vorn. Hö, scheiße. Ich lauf einmal ums Haus rum. Hier, kannst du zum Glück ganz umlaufen. Ah, hinter mir ist ein Gegner. Ich treffe ihn nicht, ich treffe ihn nicht. Ich treffe ihn nicht. 21 HP, sauber. Leute. Macht nichts. Du bist kein Sturmsoldat. Ich spawn einfach wieder bei dir. Das nennt man Teamplay, Leute. Das ist echt schön so. Mit den Jungs kann man zocken. Achtung, wir haben Einsatzziele einfach. Ja, ist doch so. Das ist keine Werbung. Mit euch macht's wenigstens Spaß. Wenn ich alleine zocko, verrät ich nur. Und es... Ah, fuck. Oben im Haus. Zwei Stück. Zwei Stück drinnen. Jawohl. Rechts war... Ach, war beide schon. Ah, sehr gut. Jetzt wurde ich mich auch gerätzt. Zack. Von wo? Ich bin noch geduckt. Ah, fuck. Ich fall durch den Boden, aha. Oder wo? Südlich deiner Position ist ein feindlicher Panzer im Einsatz. Okay, dann können wir da jetzt nicht mehr spawnen. Dann versuche ich mal B zu retten. Da wird auch schon wieder attackt. Ey, fuck. Wir haben Einsatzziele. Ne? Ah, okay. Ich habe noch leichte Probleme mit den Maps, wenn ich spawne, um mich zu orientieren teilweise. Ich habe zum Beispiel jetzt nicht kapiert, wo B ist. Obwohl ich an B gespawnt bin. Weil man spawnt nicht direkt am Spawnpunkt, sondern... Irgendwie woanders. Immer irgendwo im Kreis drumherum, wo gerade Platz ist. Ah, hier, Flagge übernehmen. Das ist gut. Okay, jetzt zumindest haben wir Alpha übernommen. Dann stürme ich mal meinen Kollegen hinterher. Oscar ist tot. Der ist bestimmt oben im Haus, oder? Da oben, ich seh ihn. Gespottet. Yo, ich habe den letzten Kill gemacht. Die ganze Zeit nicht getroffen. Äh, warte. Nein, da ist noch einer. Da sind noch zwei. Komm raus, Junge. Ich habe dich gesehen. Wow, da sind drei Stück. Ach du Scheiße. Killhilfe 20. Naja. Jawoll. Mach sie alle platt. Achtung. Einsatzstil Charlie wurde erobert. Ich habe den feindlichen Panzer südlich von dir gesichtet. Hinter uns ist ein Panzer. Soldaten, verteidigt dieses Einsatzstil. Fuck, 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 fuck. Greift jetzt das Einsatzstil an. Hier kommt das Medikid, Kumpel. Hier gibt es auch auf, wenn man vielleicht nicht vorbei. Achtung, Einsatzstil Charlie ist verloren. Ah, zu spät. Nein, nein, ich bin auch tot. Ach, da oben steht ein Panzer auf dem Brücken. Wie behindert ist das denn? Oh, warte, da habe ich mal eine Idee. Äh, ich komme. Bin drin. Ja, da ist einer. Ja, da ist einer am Dach, ne? Sieht klar. Sauber. Boah, ich habe es aber fett zerlegt. Junge, Junge. So. Ich habe den feindlichen MW-Schützen. Dördlich deiner Position gesichtet. Ach, cool, der 4. Okay, was ist das? Krass, wie detailliert das ist. Kann. Siehst du aus. Sehr angestrengt. Kann man jetzt auch Cockpit-Ansicht? Ah, ja, geil. Außen-Ansicht, ich meine. Boah, alter, wie kann man so viel tun, dass der Volk an. Ah, dann wird auch gezeigt, wo man angeht. Hier bitte, außen ist der Heli. Ah, wiss ich. Ach, da ist auch noch einer, der ist fort. Einsatzziel Delta wurde gerade neutralisiert. Öö, scheiße, wie mache ich denn das jetzt? Oh ja, geht. Läuft. Ach, hier passen, hier passen, hier passen, hier passen vier Leute rein in den Heli. Einer als Co-Pilot und zwei als Reparateur und Schützen. Westlich deiner Stattung ist ein feindlicher MW-Schütze. Autsch. Ne, den kann man jetzt noch nutzen. Der ist wieder eingestie- achso, sauber. Oh nein, ich muss wieder rein. Ja, ich bin drin. Wir sind out of, out of zone. Fliegen wir irgendwo hin, wo wir, äh, äh. Da ist ein feindlicher Panzer, südlich von dir. Ja, ich bin da. Wo? Ich hab'n feindlichen Soldaten in den Heli. Ich hab'n feindlichen Panzer in Sicht. Zwei. Ah. Autschstil Echo wurde neutralisiert. Okay. Wow. Der ist aber auch mutig hier. Jetzt haben wir drei Helis, einen von den Gegnern gekapert. Das ist ja mal geil. Ich frage jetzt nur, ob das für unsere Tickets ist. Achso, dann muss ich wieder auf die 1 gehen oder was? Okay. Wir haben Einsatzstief Echo neutralisiert. Wo ist er? Sehen nicht. Ich hab'n feindlichen Flieger, südlich deiner Position gesicht. Aber was? Nein, flieg hoch. Der stützt gerade ab. Hihihihi. Unten. Ah, der ist ausgestiegen, ausgestiegen, ausgestiegen. Wo ist der Sack? Kass. Anscheinend ist nördlich von dir ein feindlicher Helikopter. Ich check's grad nicht. Alles gut. Läuft. Achtung. Einsatz Echo Charlie wurde neutralisiert. Okay. Ich hab'n feindlichen MG-Schutz im Zug nicht deiner Position gesichtet. Wow, geil. Du fliegst aber ganz gut noch. Okay, jetzt nicht mehr. Aber du bist gelandet. Bleib am Boden. Und dann? Jo, ich komm. Zack, bin drin, weiter. Dann lass den Oskar mal experimentieren. AAAAAA, was machst du? Ach, das sah nur aus, als würd's im Wasser landen. Ich hab'n feindlichen Panzer südlich deiner Position gesichtet. Wo denn? Seh' keinen, da hinten. Uah, Heli. Wo ist er? Ich bin blöd. Ich seh' mich. Yo, geht runter. Geht down. Bam. So, mies. Echt? Sauber. Boah, da musst du ja auch noch dran denken, jetzt zwischen 1 und 2 immer umzuschalten, ey. Zoom, 1, 2, nachladen. Anvisieren. Achtung, Einsatz zum Echo wurde neutralisiert. Ja, du brauchst, du brauchst noch Q zum Anvisieren, dann brauchst du noch Rechtsblick für Zoom. Das ist ja schon echt. Bäh, was machst du? Das ist ja krass. Wir haben gerade die Kontrollen über Einsatz viel Echo übernommen. Feindlicher Helikopter in Sicht. Ich hab Sichtkontakt zu nem feindlichen Panzerjäger. Restlich deiner Position. Autsch. Kommst du hin? Oh, hat er, hat er uns erwischt, ja. Na, wir sind keine Pussys, die da und aussteigen, ne. Wir gehen dann auch drauf. So, wieder auf Heli warten oder mal wieder Melee-Kampf machen? Wir suchen mal gerade Melee-Kampf. Die wollen hier gerade B übernehmen. Das müssen wir safen. Ja, ja, ich bin jetzt ein Sturmsoldat. Irgendwas schießt hier, ich seh's nicht. Aber wir haben B wieder übernommen, auf jeden Fall. Wir haben die Kontrolle über Einsatz viel Echo verloren. Okay. Hä, von wo? Wir haben einen von uns erwischt! Das hab ich nicht geschnallt. Wo kam der jetzt? Ja, ich bin tot. Jetzt bin ich die Zielgruppe! Hinter dir! Das sei zeitlicher Panzer zu sein. Mess nicht deiner Position. Jawohl. Ja. Äh, ich animier hier gerade jemanden, aber das bist nicht du, der hier ist. Du bist noch da, ne. Hey, mein Fahrzeug ist beschädigt. Ich brauche eine Mechanikas. Ich habe einen feindlichen Soldaten südlich deiner Position gesichtet. Einsatz Ziel Charo wurde gerade neutralisiert. Oh, oh, Panzer. Ich brauche einen Mechaniker. Meine Kalle ist kaputt. Wir haben Einsatzstil Charlie erobert. Ich brauche hier einen Mechaniker. Gleich kracht's. Fick dich, Panzer. Der Panzer will auf mich schießen. Ich muss weg. Ich habe Sichtkontakt zu einem Feindlichen. Da, fuck! Ey, hat er mich noch gekriegt? Achtung! Ich bin ein Feindlichen Soldaten! Sauber. Hast du Let's Kick dabei, Kollege? Nee, ne. Oh, wir verlieren aber Haus hoch, oder? Ach, Mann. Wir haben drei Mann da oben, ey. Im Haus bei B. Oh, Alter. Wo fliegst du denn rum? Sieht ja spektakulär aus. Ey, ernsthaft? Aaaaaah! Ach so, ich habe es nur im kleinen Bild gesehen. Übernehmen wir B gerade wieder? Nee. Nee. Ja, Vorsicht, da sind aber drei Stimmen. B, ja. Oben im Haus. Das stürzt gerade ein Jet ab. Krass sieht das geil aus. Mit den Schleifspuren. Yo, erwischt. Ah, fuck. Da war noch einer. Zwei. Ja, gut. Immerhin einen gekriegt, wenn ich gegen drei kämpfe. Vier kämpfe. Drei Stück oben im Haus bei B. Nee, in der ersten Etage, da, wo du reinglaufen kannst. Äh, wo ist jetzt B hinter mir? Nee, hä? Ach, da. Ich sag ja, die Orientierung ist nach dem Spawn bei mir immer angegrauen. Voll. Du bist mein Held. Hinter dir, Vorsicht, da schießt was. Sauber. Ich komme hoch. Ach, du, ist doch jemand. Ach, fuck. Rechts ist auch noch einer. Zwei. Die verstecken sich hinter dem Tresen. Drei Stück sind da. Einer ist tot. Ja, noch zwei. Der nächste ist tot. Einer. Sauber. Two on one. Fuck, da war es noch einer, ey. Oh, Mann. Und der Instant-Kill hat den wieder gekriegt, ne? Mal gut, 11 zu 14 ist ja jetzt nicht so schlecht. Boah, hat der jetzt alle weggekillt? Aber B gehört noch uns. Wir können noch spawnen. Schnell. Alter, von wo? Von wo schießt denn der? Nein, der ist tot. Hey, mein Fahrzeug ist beschädigt. Ich brauche eine Mechaniker. Jetzt die Hilfe ist unter dir. Ich habe Sichtkontakt zu einem feindlichen Panzerjäger. Südlich deiner aktuellen Position. Ach, fuck. Ja, der liegt da im Nebel, alter. Boah. Hat das denn wenigstens geklappt mit dem Medikit, was ich dir mal im Kopf geschmissen habe? Der Weg gehört aber wieder uns. Orientierung, Orientierung, Orientierung. Wir haben Einsatzziel Alpha verloren. Das sieht wieder relativ ausgeglichen aus, ne? Wir haben wieder leichte Vorteile. Meine Kalle muss repariert werden. Ich versuch's. Da ist aber der Panzer hinten. Scheiße, scheiße, schick dich. Ah, nein! Der ist an der Brücke, unter der Brücke. Hat er dich auch? Ne, dich hat ein anderer. Puh. Oh, sind die schon wieder da? C haben wir jetzt verloren. Als Pionier. Uh-ha. Ich bin bei dir gespond. Da ist die freundliche Angeh-Schütze. Südlich deiner Stellung. 2, ja. Auf wen? Da unten? Unten links oder wo? 91 Charlie wurde neutralisiert. Ich hab's Lichtkontakt zu einem feindlichen Panzer. Östlich deiner Position. Unter uns? Wo unter uns? Da. Ich hab's'n feindlichen Panzer gesehen. Ich hab'n feindlichen MG-Schützen genau östlich deiner Art und Position gesichtet. Hast du kaputt, ne? Oh, die hat einer doch einen Team-Kill gemacht. Da ist auch noch einer. Ich hab'n Sichtkontakt zu dem feindlichen MG-Schützen. Westlich deiner Position. Ich hab'n Sichtkontakt zu dem feindlichen MG-Schützen. Westlich deiner aktuellen Position. Erhören. Einsatzziel Alpha ist verlohend. Jo. Jo. Glaub' er. Er ist down. Hat der auch Platz gemacht? Ja, ne? Irgendwas schießt auf uns. Westlich deiner aktuellen Position ist feindlicher MG-Schützer. Achtung! Hab' gerade den feindlichen Panzer in eurem Gebiet gesichtet. Over. Ich hab' den feindlichen MG-Schützen nördlich schon hier gesichtet. Okay. Oh, oh. Los jetzt! Alter. Ist er jetzt explodiert oder was? Ist klar. Ja, ich auch. Irgendwas schießt auf mich. Wie kann die auf mich als Ziviliste schießen? Achso. Ich geh' meinen Schöpf-Schützer. Ich bin links da. Wo? Wo, wo, wo? Wir haben gerade Einsatzziel Alpha neutralisiert. Toll, die übernehmen wieder. Achso, ihr seid hier, ihr respawned. Ich hab' einen feindlichen Panzerjäger genau westlich deiner Position gesichtet. Ach, das war der andere? Lol. Ah, fuck, alter. Ich muss wieder Sturmsoldat sein, sonst wird das nix. Kannst du nicht mehr spawnen? Ich versuch mal zu A. Südlich deiner aktuellen Position ist ein feindlicher Alte-Schütter. Versieren wir nämlich jetzt doch noch. Schade. That is lost. Aber trotzdem, interessantes, spannendes und lustiges Match. Squat spawnen bei dir. Ich hab' einen feindlichen Helikopter westlich von dir gesichtet. Na, Einsatzziel Charlie wurde neutralisiert. Was? Was will der? Scrambling, was? Wie er mit seinem Scheiß-Bogen hier rumrennt. Nördlich von dir scheinen feindliche NG-Schütze zu sein. So, A ist der Clipshot. Ich hab' nicht Kontakt zu einem feindlichen Panzerjäger. Werft dich deiner aktuellen Position. Na komm. Nein! Och Gott, ist das peinlich. Naja, 6500 Punkte in meinem 14 zu 18. So, die letzten Tickets laufen. Die Musik kommt. Vier Tickets, drei Tickets, zwei Tickets. Ein Ticket, null Tickets verloren. Aber trotzdem, nettes Match. Wow, 33 Minuten gedauert. Schauen wir mal, wie viel EP ich noch bekommen hab. 3000 als Sturmsoldat, ein bisschen als Pionier. Und als Kampfpanzerflug-Dingster hab' ich wieder jede Menge bekommen. Boah! Sturmgewehr. Laser-Visier hab' ich bekommen für irgendwas. Sieben Ribbons. 14 zu 19. Ja, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Map in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.